Okay, wir kommen zurück in der hoffentlich letzten Folge in dieser Mission. Was gut möglich ist. Der Amadello ist bestimmt gut, oder? Bloß ich konnte ihn nicht riskieren. Das wäre zu riskant gewesen. Ich hätte ihn auch explodieren lassen können. Ach, die schießen von draußen. Man hätte Sachen rein tun können. Halten Sie mich nicht auf. Warte an. Bitte hier rein. Ja, warum nicht? Geschafft! Strike-Team bricht durch! Jetzt! Einsatzziel erreicht. Wir melden uns, sobald die Armee und Riggs haben. Scheiße, ich hätte sie nur da hinfahren sollen. Aber das wäre schwer mit diesen ganzen Flugeinheiten gewesen. Die Flugeinheiten waren ja richtig mies. Einmal strecken. Den Kräften, die versuchen, den Sturz unserer legal gewählten Regierung herbeizuführen, sage ich nur eins. Geben Sie auf, unverzüglich. Er ist nicht innerhalb von einer Stunde tut. Er wird als Staatsfeind betrachtet und sofort standrechtlich erschossen. Das werden wir ja mal sehen. Geben Sie mir das Strike-Team. Strike-Team, haben Sie die Generalsekretärin? Strike-Team-Leader, wie ist Ihr Status? Wir haben mehrere Sicherheits-Legs. Längsschiffs, das sind sie. Sicherheitssysteme aktivieren. Längung! Los! 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 Runter! Auf die Knie! Los! Runter! Die Wahrheit kommt immer ans Licht, Wes. Das wissen Sie. Sie können es einfach nicht lassen. Was, Louise? Schafft sie hier weg. Ach, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ja, wir haben die Täter. Sie werden vor ein Schnellgericht gestellt. Und noch eine erfreuliche Nachricht. Das TKN ist sicher und die finale Testphase hat... Heute erhielten wir dieses schockierende Video, das Dr. Pascals brutale Ermordungen durch Gideon zeigt. Pascal war einer von fünf Empfängern eines optischen Implantats, das verbunden ist mit dem TKN. Die vier anderen Empfänger wurden ebenfalls von Gideons Killern ermordet. Stehen da. Für Höflichkeiten ist keine Zeit. Gehen wir. Dich raus! Dir nach. Jemand Wichtiges will dich rausholen. Ich kann ihn stoppen! Stoppen! Gewöhn dich dran. Sobald du draußen bist, werden sie dich jagen. Aber besser als hier unten zu sitzen. Du nicht existierst. Koffer. Entlassen. James ist am Turm. Aber sie wird Hilfe brauchen. Ich habe eine Lücke im Sicherheitsnetz arrangiert. Da ist keiner zwischen hier und Dock 3L. Du hast zehn Minuten. Bist du erwischt, ist das dein Problem. Los, worab wartest du? Hey, bitte was? Der GST ist bis zum Freiwerden einer Andockstation in der GDI-Zentrale in dieser Supermax-Anlage unter Verschluss. Unser Zeitfenster ist also begrenzt. Agent Duquette und ein paar loyale GDI-Infanteristen erwarten unsere Befehle. Sie werden einen Uplink-Turm besetzen, damit wir einen Crawler stationieren können. Heben Sie dann eine Armee aus und deaktivieren Sie die Traktorstrahlen der Supermax-Anlage. Wir müssen schnell sein, Commander. Die Zeit wird knapp. In Ordnung. Die zehn Minuten haue ich noch raus. Abregelung. Es wird nicht lange dauern, bis jemand merkt, dass Sie weg sind. Sie brauchen Unterstützung und Sie brauchen Sie sofort. Hm, äußbar. Wo ist mein MBF? Achtung, ein Gefangener, Sicherheitslufe AA1 ist geblut. Alle Pantulien behalten lassen. Ich wurde erwischt. Ach nee, sowas kann ich überhaupt nicht. Warte ich erstmal, bis die tot sind? Wo muss ich überhaupt hin? Ich brauche das hier. Vielleicht für den MBF? Hoffentlich ist das so. Infanterie ist bereit, Sir. Mann, das nervt! Oh Gott, ist hier viel los. Die Bastarde kripten gern. Verstärkung! Treffpunkt bestätigt. Jawohl. Treffpunkt bestätigt. Aber was brauche ich für einen? Habe Kontakt! Ich weiß ja nicht, was ich brauche. Achtung! Das ist meine Chance. Hm. Was mache ich? Und wieso feuert mein Ingenieur? Du bist gefeuert und du bist gefeuert. Du bist deines Amts enthoben. Trainiert und bereit. Ich bin Sterne, Hainer. Ja, damit. Und besetzen. Was haben Sie vor? Wartet! Männchen kältet Sie auf, bevor Sie den Uplinkturm erreichen. Flanke sichern. Ja. Das hat ja prima geklappt, du. Auf Sie! Gurkenwasser. Halt! Nieder mit Ihnen! Meins! 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 Zumindest gleich. Die GDI hat den GST mit Traktorstrahlen festgesetzt. Wenn Sie die Energieversorgung kappen, können Sie fliehen. Anscheinend muss ich irgendwas angreifen. Anscheinend muss ich irgendwas angreifen. Das reicht für heute. Vielleicht werde ich heute noch ein Video machen. Oder fünf. Für zehn. Aber jetzt nicht. Bis zum nächsten Mal, euer Hellrider. Bis zum nächsten Mal, euer Hellrider. Bis zum nächsten Mal, euer Hellrider. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.